Ja, da wird die Lok gedruckt, weil der Druck, der dauert natürlich noch ein bisschen. Da haben wir halt keine coole Idee, hier jetzt das so zu machen. Der Flasen-Rucksack ist leer. Was haben wir denn hier noch dran, Schutt? Ja, der Druck ist fertig. Was haben wir jetzt hier noch alles liegen? Zink, Keramik, Gemisch, Gemisch, Eisen, Quarz. Natürlich die Eisenbahn, die ich jetzt woanders hinbringen muss, weil es schwer ist. Okay. Lass mal gerade hier auf der Plattform nochmal gucken. Kann ich ja nochmal als Lokomotive. Im Lokdepot, ja, dann ist es dann hier, oder? So, Aufgabe fertig. Jetzt können wir hier die Belohnung holen, oder? Da sind die. Und jetzt ein Bahn-Pfeiler-Paket drucken. Und hier sind die Anhänger, ne? Da. Sieht da jetzt gar nicht so hin, oder? So, Bahn-Pfeiler. Bahn-Pfeiler-Paket, Harz und Aluminium. Wir haben wieder kein Aluminium, ne? Haben wir hier noch was zum Forschen? Weil hier ist nix drinne. Richtig Eisenrein zu uns im Forschen? Sieht wohl so aus. Warte, ist das Aluminium? Ja. Dann brauchen wir das da oben irgendwo. Die zweite war Gemisch, nee, Harz. Hab ich hier aber auch nicht, ne? doch da. Hops. F und starten. So schnell ging das? Kann ich das denn jetzt hinbauen? So kann ich jetzt mit der Kutsche fahren, aber wir können erstmal hier das einlösen, haben wir jetzt gebaut oder? Bahnkreuzungspaket und schematische Bahnkreuzungspaket, ok. Ist da auch gekommen. So ein Stück weit von der Ohren hier. So, sind wir mit dem Zug ein Stück weiter gefahren und wollen jetzt mal hier vielleicht bei dem Lager der Roten Armee vorbeischauen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was haben wir hier? Ah, da ist Morshanskler, das ist ein Ort. Da fällt der Zug aber vorbei, aber da können wir das später machen. Achso, wir wollten ja hier vorbeischauen. Truppe auswählen. Steht denn hier so Mission starten, 10, folgende Truppengröße 8, Schwierigkeitsgrad 3, EP-Belohnung, Treibstoff, Metall und Stoff gibt's da. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal Josef dazunehmen oder so. Den hatten wir schon gerade angeguckt. Gut. Bin dann mal hier noch skeptisch. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich nehme aber trotzdem den Gebärschützer und was soll er hier jetzt? Heizen. Masinengewehr. Aber da haben wir jetzt auch gerade nichts anderes, ne? So, jetzt sind wir im Lager angekommen. Truppe ansehen, brauchen wir nicht. Truppe zurückrufen, brauchen wir nicht. Gut. Zu viel, um sie zu zählen. Ja, dann soll sich die Wahlvertreter versuchen, um zu bleiben, sobald wir von Schüsse ausfällt. Und zwar, wir haben das Ausbildungslager der Roten entdeckt. Von nahen Hügel ausschätzt über die Lage ein. Die Ausbildungslager des Roten wird von einigen zentralen Präsidentschaften ausverteilt. Wie ihr seht, dass es über einen großen Munitionsfahrt verfügt. Vorräte werden per Lastwagen geliefert. Wenn die Sitze zerstört und den Befehlshaber ÖFC ausschaltet, sollte das die Ausbildung neuer Rekruten für eine Weile verhindern. Der Rauch am Horizont deutet allerdings darauf hin, dass dies nicht das einzige Lager in der Gegend ist. Offenbar haben die Roten Verstärkungen in der Nähe. Jetzt ist eure letzte Chance umzudrehen. Ne, wollen wir schon machen, ne? Fortfahren. Es gibt an dem Landzug auch 0745. Sie, wenn ihr Pusier mit Flasen verwandelt haben, wo er nicht stört, was wirkriben können. Sie werden auch dort feststellen. Aber es gibt eine größte Runde von einem anderen ausklinischen Platz. Ich weiß nicht, dass die Flasen bei der Flasen. Sie haben die Flasen her şey. Sie müssen den Rest zerstören, um vor allem nach Dokumenten-Mainz-Wachsler-Kuranz-Gesiebungen zu sehen und zu sehen, dass sie nicht vorhanden sein. Aber Vorsicht, die Züge sind perfekt von Schienenbewerden und wir sollten so gestern, dass sie sichern. Sei es sicher, nicht einnehmen. Vorherrschaft, bitte. Das sieht schon mal so viel sich aus und das auch ein rotes X. Das ist ja gesehen, oder? Hier ist eine Stellung. Hier vorne ist noch ein Weg hoch. Grundschapfen wir erstmal hier weiter. In der Stellung ist aber keiner. Dann gehen wir doch da erstmal hin, oder? Okay, die haben wir schon mal. Da kommen noch ein paar mehr wahrscheinlich um die Ecke. Da lief doch gerade noch einer, oder? Da oben ist auch noch einer. Kommt der rum, oder kommt der nicht rum, das ist die Frage, ne? Da kommt er. Oh, den Offizieren haben wir wohl schon, ne? Da ist noch einer. Noch einer. Okay, das hat erstmal gut geklappt. Das ist schon mal gut, ein Teil von den drei haben wir schon. Ja, wir haben kein Holz, kein Rohholz mehr, ne? Warum nicht? Hier wächst auf jeden Fall was. Ich weiß noch nicht, wo gerade gebaut wird, das wüsste ich gerne noch. Okay. Was braucht man für das große Fass eigentlich? Zahnräder, die sind ja aus Holz. Oh, gut. Wir müssen hier eine hohe Prio haben. Da eine etwas niedrigere Prio. Da normale Prio. Da geringere Prio. Da ist die hohe Prio, das können wir so lassen. Oh, das ist schon weg hier, dann müssen wir hier schnell was bauen. Ne, nicht Wasserpumpe, hier Stauwerk. Also das funktioniert mit der Schleuse hier, komisch. Ich glaube, ich habe die falsch rum gebaut, deswegen können die da nicht durchlaufen oder so. Kann das sein. Hier fließt zur Zeit das, oh, hier ist auf. Hier ist auf. Hier ist auf. Okay, da ist noch getrennt. Und das Wasser läuft hier weg. Okay. Ja. Das bedeutet, ah, hier ist das scheiß Wasser. Aber ich glaube, das mischt sich nicht, oder? Also es mischt sich hier wahrscheinlich, aber das wandert nicht hoch, oder? Das drückt das sogar zurück vielleicht. Ja, sieht ganz nah aus. Das sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Hier ist zu, das ist auch gut so. Hier müsste man noch höheren Damm bauen. Dann kann man hier mehr anstauen, ne? So, wie sieht das aus mit dem Ding? Spielt das eine Rolle, wie ich das drehe? Hier. Eigentlich so rum, ne? Da können sie durchlaufen, meines Erachtens. Und machen wir prior hoch hier, weil das muss schnell sein, glaube. Das ist noch nicht so weit. Hier fehlen noch vier Hölzer, dann kann es gebaut werden. Aha, das ist schon mal gebaut, das ist schon mal gut. Wo läuft der mit dem Holz hin? Wo läuft der mit dem Holz hin? Kann ja nur zur Schleuse sein hier, ne? Ach, der bringt Bretter dahin, das ist kein Rohholz. Okay, aber das muss auch tatsächlich sein, sonst haben wir ein Problem. Auf jeden Fall haben wir hier grüne, blühende Landschaften jetzt, ne? Das ist die Frage, wo ich das Zentrum hinsetzen will. Also ich könnte hier zusperren. Schönen Damm bauen. Und hier zusperren, wenn ich hier ein großes Rückwasserhaltebecken. Und hier müsste ich auch zumachen. Da fehlt das eine Rohholz. Hier fehlen vier Rohholz. Die sind gerade am Schlafen. Hier gibt es aber gerade kein Rohholz. Wie weit sind die Zahnräder? Noch nicht sehr weit. Ich bin gespannt, wann das hier abgeholzt wird, ey. Oh, hier oben wird auch gefeiert. Dachterrasse ist fertig. Okay, wie sieht es aus mit Beliebtheit? Und der kontaminierte, das wird immer nichts, ne? Okay, Rohr, Kolm, Cracker müsste man machen. Gegrillte Kastanien. Warum haben wir keine gegrillten Kastanien? Teichrose. Kartoffeln. Da ist ein Fass. Das Mal kann es ja nicht bad sein, so gut wie wir sind. Ich glaube, wir haben die eine Stelle verpasst, oder? Ja. Perfekt. Oho, ich hätte es zu eilig, um den Anstieg zu erklären, wie man ihn benutzt, aber du hast es herausgefunden. Ja, super. Geh jetzt durch die offene Tür hinein. Le Charme, dein Meister kommt. Du spürst die Gegenwart eines gefährlichen Kreaturen. Eintreten. Nach dem Eintreten findest du ein Ereignis statt, die mit der Rückkehr zum Boot enden. Ja, was soll ich anders machen, ne? Hm, das Bereich darunter scheint größer zu sein als erwartet. Sieh dich mal um, Dave. Mit einem besungenen Schiffswrack. Hört sich nicht gut an, was hier rumschwimmt. Habe ich Sauerstoff noch genug? Ich nehm mal Sauerstoff auf. Ich nehm mal Sauerstoff auf. Passionskiste brauche ich nicht. Ausrüstung von rotes Scharfschützengewehr. Dann brauche ich vielleicht die Munition doch. Das ist ein Scooter, den wir noch mal benutzen. Pfff. Schon ein bisschen stressig, ne? Ah, da ist das, was so böse ist. Kann ich da irgendwo vorbei? Nö, ich muss hier lang. Definitiv. Da ist sie. Die Pünktpartner-Lieferbox mit Li-Chan. Es scheint zu schlau. Schleich dich an, ich nehme es heimlich mit. Es scheint zu schlau. Es scheint zu schlau. Schleich dich an, ich nehme es heimlich mit. Giant Squid. Okay. Ah ja, er hat aufgewartet. Ich muss zurück. Jetzt zieh mich nicht da zu knacken. Jetzt benutze die Waffe, die ich dir gebeten habe. Die Japone ist nur in der Nutz los. Inshan, es geht los. Oh oh. Meine Fresse. Was ist die Waffe? Da ist noch eine Munitionskiste okay. Keine Waffe mehr. Da hat keine Munition mehr. Ich glaube, jetzt habe ich ihn erwischt. Ich glaube, jetzt habe ich ihn erwischt. Okay, ich glaube, ich bin nicht erwischt. Okay, ich glaube, ich bin nicht erwischt. wie kommen wir an stoff ja weberei war ein luxusgebäude schneider was wäre noch spinnerei spinnerei gibt es nicht schneider gibt es aber kann man bauen und dann stellt sich die frage wo kriegt der schneider das material her aber was soll es bleibt uns doch sowieso nichts anderes übrig so machen wir es fürs werkbank kommt hier noch so hin aber ich sehe schon ist ja nicht da muss nur einer muss noch hin damit es 100 prozent ist alles klar und 30 steine und 30 stühle haben wir auch wieder nicht bauen ach so hier da ist ein eingang und da ist ein eingang und ach wenn wir schon dabei sind dann da und da auch noch so geht auch schon angefangen zu bauen ja hier mal so weit das fertig da fehlt jetzt tatsächlich für das inventar der rest vor allem stoff das heißt wir müssen gucken was der schneider macht ob der stoff herstellen kann freigeräumt 1,9 naja wird ein bisschen mehr ja läuft auch erstmal aber es ist nichts wildes hier sind rettonia drunter und hier ist niemand drunter viel zu viel davon gebaut toiletten können wir schon wieder bauen danach sagen die dienstleistung jetzt erwachsen oder sind gut damals wo ich immer ganz schlechte phase gehabt und jetzt ist erstmal gut vorher stellen sie wieder auf 0,66 runter also ich weiß nicht was das soll dienstleistungen werden durch das bauen von ihren gebäuden und dem zugang zu diesem bereitgestellt ja bühnen haben wir zum beispiel ne oder ne bühnen haben wir nicht können wir eine bühne bauen ne können wir nicht bauen tja da weiß ich auch noch nicht weiter der jäger dem fehlen die stühle wohl einer von 20 ist schon da hier wird wunderbar freigeräumt ist schon oder wie sehe ich das ja dach ist auch drauf jetzt wird es in leben gemacht steine werden gebracht sind schon alle da und jetzt fehlt es natürlich wieder ein stühl ja da kann man nicht voran dann hier sind tatsächlich schon 13 von 60 stühle drin aber der stoff fehlt auch noch kann ich das irgendwie blockieren hier so rein theoretisch muss hier noch einer mehr rein und hier auch anders geht das nicht wir brauchen vier leute dafür da muss mehr passieren hier sind vier jetzt drin da sind drei vielleicht gibt es ja auch noch einen vierten ja da ist er wir müssen die produktion einfach hier steigern weil das brauchen wir ganz viel forschung sitzt keiner mehr dran dem ist dann so wie viel haben wir denn forschungspunkte da steht was von 6 30 jahr passt die forschungspunkte sind das hier heute wird ein tag ohne sonne sein dieses unmesse schnell ein zeichen der götter und die preis der versuchung ist zu deuten die frage lautet ist es ein gutes als schlechtes oben schlechtes bestimmt tage löner für uns fünf sozusagen wir benötigen fünf leute das macht keinen sinn warte mal im labor können wir erstmal abstand machen funktioniert ja nicht hier sind zwei drinnen da sind vier drinnen kannst du also auch knicken dass die bäckerei auch ein weniger machen es klappt das hier wieder nicht und irgendwo muss noch einer raus aus meistern mal zwei im Untertitelung des ZDF, 2020